Das ist Dewey und das ist Christ. Die beiden stehen sich gegenüber. Die beiden wollen herausfinden, wie weit sich Christ von Dewey entfernen muss, bis Christ von Dewey genauso groß aussieht wie der Stift. Davor muss ich doch bestimmt Kilometer weit weg laufen. Nein, lauf mal einfach los. Stopp, du bist nur noch so groß wie der Stift. Aber wie weit bin ich jetzt in Fendt? Dewey zückt einen Notizblock und macht eine Zeichnung. Du bist 1,75 groß. Ich halte 5 cm großen Stift, 25 cm Abstand vor meinen Augen. Die Entfernung zu dir können jetzt mit der folgenden Formel ausrechnen. Die Entfernung beträgt 8,4 Meter. Die Entfernung 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 Vielen Dank.